Was ist der gefährlichste Tag für einen U-Boot-Fahrer? Tag der offenen Tür. Und ein exklusiver Tauchgang zur Titanic? Tiefer kann man als Milliardär nicht sinken. Viele meiner Stand-with-Ukraine-Freunde in der Nachbarschaft hatten schon das Popcorn kaltgestellt und sich drauf gefreut. Heute beschäftige ich mich mit Prigoshin versus Putin. Außerdem mit der Frage, wie konnte es zum Titanic-Titan-Tiefseetauch-Tunglück kommen, um noch einen Tee vorne dran zu setzen. Und natürlich die AfD und ihr Erfolg in Sonneberg. Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vector mit meinem wöchentlichen satirischen Rückblick hier auf YouTube. Die AfD hat den ersten Landrat Deutschlands in Sonneberg. Was war da los? Um mit Stefan Raab zu fragen. Was war denn da los? Sagen wir es so. Der erste Landrat Deutschlands ist ausgerechnet in Thüringen von der AfD. Dort, wo die AfD als gesichert rechtsextremistische Vereinigung gilt. Das hat die Wählerinnen und Wähler aber nicht davon abgehalten, die AfD zu wählen. Glückwunsch, Sonneberg! Yes, meine Damen und Herren, 53, ist das geil! Naja, also so ganz geil finde ich es jetzt persönlich nicht, muss ich sagen, aber vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen voreingenommen. Alle sagen jetzt, das ist ein Dammbruch, die AfD stellt einen Landrat. Das ist zu viel der Ehre. Herr Sesselmann, der Mann, der jetzt Landrat ist im Landkreis Sonneberg, hat sich in seinem Wahlkampf vor allem dafür ausgesprochen, aus dem Euro auszutreten und irgendwas irgendwie gegen dieses verdammten Migranten zu tun. Gut, das ist natürlich auch das Kernthema der AfD. Aber wenn du als Landrat nicht verstanden hast, was deine Aufgabe ist, nämlich dich weder um Migranten zu kümmern, noch um die Frage, ob Deutschland aus dem Euro austritt, sondern dich um ganz andere Fragen zu kümmern, dann hast du einfach ein fucking Problem. Okay, jetzt kann man sagen, in dem Staat, den die AfD will, da gibt es einen Führer und der macht sowieso alles. Da gibt es gar keine Landräte, Stadträte, Kreisräte und das ganze Zeug mehr, sondern da sagt einer allein, wer hier rausgeschmissen wird und wer bleiben darf. Ich weiß, aber AfD, passt mal auf, wenn ihr unsere Demokratie wirklich effizient zerstören wollt, dann müsst ihr zunächst mal wissen, wie sie funktioniert. Know your enemy, kennt eure Gegner. Sonst hat das ganze Zipp und Zapp hier mit Aufblatt raus überhaupt keinen Sinn. Von mir aus können diese Leute auch einfach einen Ausreiseantrag aus Deutschland stellen. Zum Beispiel, wohin? Nach Russland zum Beispiel. Ja, hey AfD-Wähler, stellt einen Ausreiseantrag zu Putin. Da seht ihr, wie es läuft, wenn die Autokratie, die ihr euch wünscht und so geil findet in Russland, am Ende ihrer Tage angekommen ist und langsam zerbröselt in einer riesigen Wirtschaftskrise für das ganze Land. Ist es das, was ihr wollt? Ich finde, das ist meiner Meinung nach eigentlich gar nicht verkehrt, wenn man einfach ein bisschen stolz drauf ist, deutsch zu sein und die deutschen Werte auch ein bisschen wahrt. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, mutig andere Länder überfallen oder Weltkriege anzetteln oder einfach mal 6 Millionen Menschen töten. Ja, das sind unsere guten deutschen Werte, die wir endlich höher hängen sollten. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen übertrieben. So ist die AfD gar nicht. Ich weiß, dass die AfD, nein, sagen wir so, einfach das deutsche Handtuch über ein fremdes Land legen. So ist doch schöner, oder? Für solche Pumphosen-Nazis wie Sesselmann und Höcke. Wir haben nix gegen Ausländer, aber wir sind in Deutschland und wir möchten an erster Stelle stehen. Also Sätze, die anfangen mit, ich hab nix gegen Ausländer, aber enden, um offen zu sprechen, selten gut. Sprechen wir von Verantwortung. Und gucken wir uns die Verantwortung der CDU Sonneberg an. Denn was hat die getan nach dem Erfolg von Herrn Sesselmann von der AfD? Sie hat geschrieben, jetzt ist Schluss mit Ideologie und gratuliert dem AfD-Mann ganz brav. Der Machtkampf. Ja, der verzweifelte Kampf. Prigoschin versus Putin. Woran denkt ihr, wenn ihr den Begriff nützliche Idiot hört? Wahrscheinlich an richtig Gerhard Schröder, vielleicht auch ein bisschen ein Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Aber nein, die Top-Kreml-Marionette ist eine andere. Es ist Yevgeny Prigoschin, der bisherige Chef von Wagner. Also zunächst einmal muss man sagen, dass Prigoschin ein ehemaliger Leibwächter und dann Caterer von Vladimir Putin. Die Frage ist, wie konnte der Mann, der einst eine Catering-Firma hatte und Putins Koch war, gegen Putin putschen? Der Mann, der mit seiner Wagner-Gruppe die berühmten leckeren Pizzen herstellt. Und warum hat er seinen Putsch in weniger Zeit abgesagt, als eine Tiefkühlpizza braucht, um so heiß zu werden, dass man sich den Gaumen mit ihr verbrennen kann? Wir wollten kein russisches Blut vergießen. Und wir wollten unseren Protest zeigen und nicht die Regierung stürzen. Hat der Mann, der beruflich Blut vergossen hat, einfach aus Daffke seinen Angriff abgesagt, um plötzlich Blut vergießen zu vermeiden? Wie angeschlagen Putin ist, das zeigt sich daran, dass er plötzlich mit einem Lukaschenko, dem Machthaber einer echten Regionalmacht, verhandeln muss. Und die Wagner-Söldner sollen jetzt die Möglichkeit haben, Teil der russischen Armee zu werden, nach dem versuchten Putsch. Denn viele von diesen Wagner-Offizieren, die gelten als illoyal gegenüber dem Kreml, gegenüber Putin. Sie haben ihre Treue in Pregoschin geschworen und lassen sich davon auch nicht so schnell abbringen. Jawohl, hol dir deinen eigenen Feind ins Bett und küschel mit ihm. Diese Armee, also die russische, ist so am Boden, die nehmen wirklich jeden mittlerweile. Die würden sogar mich als Zivi nehmen, der noch nicht mal weiß, was eine Waffe ist. Ja, glaube ich schon mittlerweile. Fragt sich nur, was hat Putin in der Hand, das Pregoschin plötzlich aufgegeben hat? Pregoschin hat rote Linie über rote Linie überschritten und Putin hat nichts dagegen getan. Rote Linie über rote Linie. Einzige Frage, die wirklich bleibt, ist, was ist passiert? Sind Bilder aufgetaucht, auf denen Pregoschin mit seinem Sohn im Kampfhubschrauber in den Urlaub geflogen ist? Arbeitete der Trauzeuge von Pregoschins Schwester bei Wagner? Drohte Stuckrad Barre ein Buch über ihn zu schreiben? Gerade hat es ja den Anschein, dass wir vielleicht in die falsche Richtung gedacht haben, als wir Gerät und Munition in die Ukraine geschickt haben. Vielleicht sollten wir ab sofort russische Privatarmeen mit Waffen gegen Putin ausstatten. Womöglich wäre es gescheiter gewesen, die Security von Rewe oder den Sicherheitsdienst von BMW vorbeizuschicken. Viele meiner Stand with Ukraine-Freunde in der Nachbarschaft hatten schon das Popcorn kaltgestellt und sich drauf gefreut. Dass sich Russland jetzt in einem Bürgerkrieg selbst zerlegt. Genau wie damals 1917 oder bei Game of Thrones. Hier ein Video aus meiner Nachbarschaft im Prenzlauer Berg in Berlin von vergangener Woche. Das dramatische Ende einer Tauchfahrt zur Titanic. Gänsehautfeeling pur in den vergangenen Tagen, mindestens bei mir. Mitfiebern und mitfühlen mit den fünf Tiefseetauchern im Titan-Tauchboot, diesen Titanen des Meeres, die dort unten beim Wrack der Titanic einen, Achtung, nochmal T-Alliteration, tragischen Tod sterben mussten. Es ist natürlich alles sehr ungewohnt. Man steigt da in diese kleine Dose ein letztendlich, ist dann mehrere Stunden unterwegs, bis man unten überhaupt mal ankommt. Da ist man dann, wenn man sein Mutterschiff verlassen hat, ist man einfach auf sich allein gestellt. Und falls ihr jetzt fürchtet, dass ich hier wieder böse, gemein und zynisch werde, so wie ihr das von mir kennt. Und ich weiß, dass viele das nicht mögen. Heute möchte ich euch sagen, nein. Das ist ein Thema, da hört für mich der Humor, die Ironie und der Zynismus auf. Hier geht es um Menschenleben. Hier ist meine Anteilnahme sympathisch, echt und authentisch. Dort unten ist eine Hilfe tatsächlich einfach nicht möglich. Es ist dramatisch genug. Darum absolut tabu sind hier Scherze wie dieser. Ein exklusiver Tauchgang zur Titanic. Tiefer kann man als Milliardär nicht sinken. Und was ist der gefährlichste Tag für einen U-Boot-Fahrer? Tag der offenen Tür. Oder noch schlimmer, schön, dass hier ein paar Superreiche mal proaktiv die Umweltbilanzen ihrer Privatschätze, Yachten und Limousinen ausgeglichen haben. Das sind Scherze, die nah an der Grenze zur Menschenverachtung sind und mir darum fremd sind. Vor allem, wenn ich diese Bilder hier sehe. Die zu finden dort jetzt ist wie eine Stecknadel im Heuhaufen. Ja, auch und gerade als Grünenwähler aus dem Prenzlauer Berg stockt mir hier das Blut. Ich war wirklich den Tränen nahe. Und zwar nicht vor Lachen, als ich hörte, dass die Frau des Tauchbootpiloten der Titanen, die Urenkelin eines Millionärsehepaars ist, das damals auf der Titanic umkam. Ist das nicht tiefromantisch, so nah bei den eigenen Ahnen zu sterben? Da freue ich mich schon auf die qualitativ hochwertige Netflix-Serie, die uns dann den Atem rauben wird. Ich habe schon mal die Titelmusik und die ersten Bilder zusammen. Klar, immer wieder wurde gefragt, warum sind uns hunderte Tote jede Woche auf dem Mittelmeer so egal, während wir Millionen ausgeben, um fünf auf dem Atlantik zu retten? Wie zynisch ist das denn, sage ich da nur. Tote miteinander vergleichen, das ist schlimmster Whataboutism. Außerdem, für die auf dem Mittelmeer haben wir bedeutend mehr Millionen ausgegeben, um sie erstmal in Seenot zu bringen. Ich weiß, viele Leichen aus dem Mittelmeer landen jetzt in den Netzen tunesischer Fischer. Das ist natürlich wirklich nicht schön für die Fischer. Auf der echten Titanic waren ja auch in erster Linie Flüchtlinge, also Wirtschaftsflüchtlinge. Wobei, es waren gute Wirtschaftsflüchtlinge. Wie meine ich das? Das waren Leute, die unsere Wirtschaft aufgrund ihrer Finanzkraft haben brummen lassen. Gut, sie haben die Arbeiter hängen lassen und sich darum erst eine teure Tauchfahrt leisten können. Die anderen Wirtschaftsflüchtlinge, also die vom Mittelmeer, die bringen ja kein Geld mit zu irgendeiner Tauchfahrt, sondern das sind Menschen, denen müssen wir das Geld mitbringen, damit sie uns dann mit diesem Geld von uns auch noch auf der Tasche liegen können. Sonst würden sie unser hart verdientes Steuergeld ja gar nicht annehmen. Geld, das unsere Chefs dann leider nicht für Tauchmissionen zu untergegangenen Schiffen ausgeben können, weil es in die Taschen der Bootsflüchtlinge kommt. Und für alle, die mal ein gruseliges Massengard besuchen wollen, ohne dabei allzu groß in Gefahr zu kommen, ein Besuch in Pompeji tut's auch. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.